Jetzt Kuba Kuba 3 zu 2 In der 90. Minute Es geht 3 zu 2 Für den BVB Ist das geil Und das ist verdient Das haben unsere Jungs verdient Das 3 zu 2 Für den BVB Ist das geil Was soll ich gerade spielen Und Jürgen Klopp Der umarmte die ganze Tribüne Bald die Fäuste Und was weiß ich alles